Seit einem Jahr mache ich jetzt schon YouTube. Die Zeit ist schneller vergangen, als es mir selbst lieb ist. Doch liegt es daran, dass die Zeit so schnell vergangen ist, dass es mir einfach nur Spaß macht. Wir haben gemeinsam viele schöne Orte gesehen. Wir waren auf Events und haben zusammen gekocht. Aber es gab auch lustige Momente. Und all diese Momente bedeuten mir mittlerweile sehr viel. Und dafür möchte ich Danke sagen. Danke an all meine Abonnenten und danke an den Zufallsklub, der mich stets unterstützt. Danke. 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 Danke.